Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Lichtform Farbe, das eigentlich ein Fotokanal, Autointeressierte, bleibt dran oder spielt ein Stückchen nach vorne, gleich zeige ich euch, wie versteckte Funktionen, die mit dem neuesten Software-Update aufgespielt worden sind, den Tesla Model X in eine Disco-Kugel verwandeln. Am Rande eines Fotoshootings des neuen Tesla Model X hat mir der Besitzer eine wirklich spannende Funktion gezeigt, die die Tesla-Entwickler mit dem neuesten Software-Update aufgespielt haben, das ist eine versteckte Funktion und die zeige ich euch gleich. Vorweg könnt ihr zwei Bilder anschauen, die ich noch nicht entwickelt habe, aber damit ihr ein bisschen seht, was ich da für Fotos gemacht habe und ein bisschen was Fotografisches auch noch vorweg. Ich habe ausnahmsweise mal auch mit der D5 gefilmt und zwar die Totalen, die sind mit der D5 und mit dem Nikon 50mm 1,8 entstanden. Und was ich ganz interessant finde bei dem Video, das sind die schönen Sterne, die entstehen in den Lampen des Teslas. Darauf wollte ich euch nur hinweisen. Schaut euch das an und das finde ich eine sehr, sehr spannende Leistung von dem Nikon-Objektiv. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr an Fotothemen interessiert seid und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem abgefahrenen Video. Schaut selber, wie sich der Tesla in eine Disco-Kugel verwandelt und der Ton, die Musik übrigens, die ist im Innenraum des Tesla aufgenommen worden. Und alles, was ihr da jetzt seht, das macht der Tesla automatisch. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.